Hallo Leute, herzlich willkommen bei unserem ersten Video auf unserem Kanal. Heute mit unserem bittig feinen Verkaufstand mit DG5 und H&R. Ja, wie ihr seht, haben wir da ein paar schicke Dinge zum Verkaufen. Ja, wir machen diese Videos für unseren Fußtag mit SV Lada in Wolfgang. Ja, wir sind jetzt im Video. Unser erstes Video soll euch zeigen, wie wichtig dieser Verkauf ist. Wir nehmen tagtäglich drei Euro an. Also wünschen wir uns da jetzt noch ein Stück von euch. Ja, DG, was sagst du? Ja, das war's euch schon wieder von unserem ersten Video. Ciao! Ciao! Ciao!